Hey Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einem neuen Backstage-Video! Was geht, Leute? Was geht? Leute, Alter, auf einem Grundstück ist einfach so eine neue Verwandelmaschine gesporned. Alter, die sieht so heftig aus, Mann. Leute, gebt euch her, wie groß die ist, Alter. Die will ich hier ausprobieren. Aber du brauchst da ein bisschen Geld, was soll ich, um reinzukommen. Leute, die Tür geht nur nicht auf, Alter. Die klappt ein bisschen. Safe muss man da Geld reinwerfen oder so, dass man da reinkommt, wie bei so einem Automat oder so. Ich geh mal zu Alpha. Vielleicht hat der ein bisschen Kohle für mich. Leute, ich bin wieder fett, Alter, wie immer, Mann. Und ich muss zu Alpha gehen, dass der mir endlich mal Geld gönnt, Alter. Der gibt mir nie Geld, Alter. So, ich geh jetzt einfach mal rein ins Haus, Mann. Alpha! Oha, Alter! Junge! Bro, was geht, Alter? Hä? Ende! Was geht, Alter? Junge, du hast so fette Tiers, Alter. Äh, das sind keine Diamanten, Tim. Hä? Alter, gibst du mir die Dias, Alpha? Bitte, bitte, gönn mir, Alter. Nein, das ist nur Deku. Das ist wirklich keine Dias. Hä? Au, Junge, zipp ich dich an, Alter. Oha, ich geb was drauf, Junge. Treib halt. Hey, Abscham, das ist zu wertvoll für dich. Hä? Alter, willst du mir keine gönnen, Alpha? Bitte, ich brauch ein bisschen Geld. Nein, 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 nein. Bitte, Alpha, ich brauch ein bisschen Kohle für eine Verwandelmaschine, Alter. Ich will ja reingehen. Ich hab selber keine Dias mehr. Ich muss die noch abgeben. Ich hab die nur ausgeliehen. Hä, denk dich, Alter, du hast immer Dias, Alter. Du bist immer mega. Ich guck dein Haus an, Alter. Du bist reich. Alle, Leute, die sind ausgeliehen, wirklich. Hä, von wem, Alter? Ja, äh, die Bank. Ich hab einen Kredit. Ich muss die noch zurückgeben. Alles. Hä, ach so, Alter. Oha, ich, äh, besorg mir die irgendwie, Alpha, Bro. Ja, tschüss. Leute, Alter, ich muss diese Tür aufbekommen, Mann. Ich verleih jetzt auf eine Verwandelmaschine rein. Leute, vielleicht soll ich einfach mal rechtsklicken, vielleicht geht es dann, Alter. Ich probier's mal. Junge, ich boxe einfach auf die Tür drauf, bis die aufgeht. Alter, so. Jo, das wird jetzt ein bisschen lange dauern, Leute. Aber ich glaub, das klappt vielleicht safe. Leute, es ist schon Nacht, Alter. Meine Faust tut langsam weh. Aber, Leute. Boah, es hat geklappt, Alter. Jo, ich hab irgendwie fünf Stunden da draufgekämbert oder so. Oha. Warte, jetzt brech ich die Tür zu. Jetzt geht's hier auf, Alter. Sollen wir auf den fetten Rundenknopf drücken? Jo, ich bin gespannt. Ich hab keine Ahnung, mit was wir uns verwandeln werden, Leute. Aber ich bin einfach mega gespannt darauf, Alter. Drei. Zwei. Eins. Und... Let's go! Leute, ich bin grad rausgegangen, als ich hab mega den Kopf angestoßen, Alter. Wie groß bin ich? Ich bin jetzt ein Riesen geworden oder so, Alter. Gebt euch das einfach mal, Leute. Wie groß bin ich? Und da sind einfach so ganz viele Partien gesätet. Und hier ist ein Enderman. Leute, hier ist ein Enderman. Also, ich muss den weg, Alter. Der macht mich fertig, Mann. Und dann warte ich drüber. Leute, gebt euch das einfach mal. Wie riesig ich bin. Ich bin ein Enderman. Aber irgendwie so ein krasser, starker Enderman. Gebt euch mal, wie groß ich bin, Leute. Ich muss mal kurz hier rauszoomen, Alter. Gebt euch das einfach mal, was ich für ein Zitat bin, Alter. Ich bin ein Mutanten Enderman. Leute, wie krass ist das denn einfach? Wie heftig, Alter. Was geht? Was hab ich für ein? Ich hab so Enderhände, Alter. Kann ich damit was machen? Leute, warte. Ich kann... Hä? Ich kann Blöcke aufnehmen und ich kann die einfach werfen wie ein Enderman. Alter, wie nice. Warte, kann ich mich auch teleportieren? Oha, ich kann mich einfach teleportieren. Gebt euch das mal. Und zack, Alter. Wie heftig ist das denn? Was hab ich noch so dabei? Eine Statue von Endermännern. Hä? Was hat das so bedeuten, Alter? Leute, und hier ist so ein Stab, Junge. Sieht ja aus wie so ein Königsstab oder so. Leute, ich geh sogar drauf wie ein Enderman, Alter. Ich bin schlechter Enderman. Ich kann einfach so easy draufgehen, Alter. Was soll ich? Ich muss aufpassen, Leute. Aber es sieht aus wie so ein Zepter. Aber warte mal. Wenn ich Zepter hab, dann bin ich doch eigentlich auch ein König, oder? Ich hab ja noch so Spawn-Ex, Alter. Was kommt da? Hä? Leute, ich kann Endermaner spawnen. Warte mal, Leute. Ich spaw jetzt mal alle. Junge, das sind aber echt viele, Alter. Das ist ja eine ganze Amede, die ich gespawnt hab, Alter. Aber warte mal. Junge, ich kann die anheulen, Leute. Dass sie mir folgen. Das heißt, ich bin einfach der Enderman-König, Alter. Ich bin der König der Endermaner. So, warte mal. Ich heuer die jetzt mal an, Leute. So, das wird ein bisschen dauern. Ich gönne dir leider die Statue, Alter. Meine Königsstatue. Die sieht aus wie ich, Mann. Leute, und ich hab die Idee, wie ich die Dias und Alfa besorge. Ich werd ihm einfach so einen Schreck einjagen, dass er mir die Dias freihändig rausgibt, Alter. Dass ich die einfach von ihm bekomme. Das wär so nice, Alter. So, ihr bekommt alle, Alter. Wer hat noch nichts? Wer will doch, Alter? Leute, das wird ein bisschen dauern, aber es soll ein eigener Endermaner werden. Alter, Alfa wird so staunen, Junge. So, Leute. Ich hab die jetzt alle angeheuert, Alter. Nee, Bros. Ihr wollt ein Autogramm vom Enderman-König, Alter. Warte, ich teleportier mich noch kurz her. Gebt euch das einfach. Die rennen wir alle nach, Alter. Wie viele Endermaner hab ich da am Schlepp, Alter? Das ist ja ein ganzer Mob, Alter. Alfa wird so angstsam, Leute. Alter, warte mal, ich werf mal sein Haus mit Erdblöcken ab. Mal sehen, ob der das wert. So, und ich werf sein Haus ab. Let's go. So, warte. Ich kann die richtig schleudern, Alter. So, jetzt. Warte, ich kann den Enderblock nicht werfen, Alter. Was macht das gerade so? So, Leute. Und ich werf das jetzt drauf, Alter. Und zack, Alter. Auf sein Haus. Der wird uns doch safe mehr geben. Was geht doch da kaputt, oder? Habt ihr das gerade gehört, Alter? Was war da? Ich hab hier auch Obstetian, Alter. Geht wieder, Armeider. Jo, Alter, ich baue mich einfach ins Haus rein. So, Leute. Wir sind der Enderman-König. Und wir erklären es zu unserem neuen Königreich der Endermaner. Und wir bekommen unsere Dias, Alter. Oh, die können sich doch teleportieren. So, warte. Ja, steht. Ich muss mich gar nicht reinbauen, Alter. Leute, ich back hier rum, weil ich so groß bin, einfach. Leute, es ist nicht einfach als Enderman-König. Aber hier sind die geilen Gruppen. Oha, das sind die Dias, Alter. Die wollte ich nicht mehr gönnen. Oh, und so viele Armeider. Ich muss nicht mehr weggehen. Oh, der Flammenwerfer, Alter. Ich muss hier den Schutzmann bauen aus den Obsidianblöcken. Die Endobsidianblöcke. So. Ich hab einen Flammenwerfer. Ich hab gar keinen Schaden. Jo, und ihr steht hier nur rum, Alter. Die chillen hier die ganze Zeit. Oh, Leute, Alter. Macht was. Hier ist der König. Er hat sich befehlt, einfach anzugreifen, weil der hat einen Flammenwerfer. Und Feuer ist effektiv gegen Enderman, Alter. So, warte. Ich geh mal hier durch, durch die Tür, Alter. Ich muss einen anderen Weg finden, wie ich, Alter, den Dias abknöpfen kann, ohne dass der was checkt, Alter. So, hier durchs Fenster durch. Und ich teleportier mich ein bisschen rum. So. Und wo ist Alpha? Eigentlich können Enderman dann gar nicht ins Wasser, Alter. Die hassen das vorhin. Das ist ja voll eklig, Alter. Warte, da vorne ist der Art Block. Den kann ich mir auch noch können. Du kannst einfach damit abwerfen, Alter. So, warte. Ich geh mal den. Und let's go, Alter. Junge, ich hab meine Bros getroffen, Alter. Ihr seid so nutzlos, alle. Leute, macht was, Alter. Ich hätt nicht gedacht, dass Enderman so nutzlos sind, Alter. Die stehen hier rum und die gucken mich einfach an. Kann ich die auch boxen, Alter? Jetzt mach ich euch alle fertig. Hä? Leute, greift uns an. Weg, meine Bros. Wir müssen weg, Alter. Ich mach euch alle fertig. Leute, ich boxe aber mit der Ender Hand. So, einfach, komm her. Ich boxe dich, Alter. Leute, ich hab ihn erwischt mit der Ender Hand. Ich mach damage, Alter. Nein, wir haben ihn fast da. Und ich will seine Dias haben. Und er blockt Wurf, Alter. So, warte. Lass alle Enderman am besten sein. No, Alter. Der macht den. Besiegt die alle. Meine ganzen Männer, Alter. Die gehen alle drauf. Jetzt weg hier. Oh, Leute, Alter. Ich muss was anderes einfallen lassen. Warte, ich teleportiere mich mal auf sein Haus drauf. So. Weil das ist kein Enderman am besten mit dem Stuff hier. Und dann Teleport, Alter. Was? Die kriegen Fallschaden. Was sind das für Noobs, Alter? Die spawnen aber alle neu, Alter. Was sind das für? Was schlappen, Alter? Junge, Alter. Enderman, das sind krasse Leute, Alter. Und die sind einfach schlecht, Alter. So, ich baue mich jetzt einfach hier runter. Und gönne mir die Dias von Alpha. Da muss ich mich wieder zur Ente zurückführen, bevor es wieder Tag wird, Leute. Weil da sind 24 Stunden rum. Und am Tag ist Ende. Wird sein, glaube ich, nicht so toll. So, wir sind jetzt in seiner Küche drin. Und da vorne sind die Diamanten. So, ich spawn dir zwar. Und die gönne ich mir jetzt, Leute. Eingesammelt, alle. So, ich baue uns mal die Tür hier mit Obsidian zu. Ey, ich kann mich raus teleportieren. Alpha kann das nicht. So. Und Obsidian mal hinsetzen, Alter. So, jetzt ist hier alles zu, Alter. Da kann ich mich ja nicht erwischen, hoffe ich. Ich habe eine Spitzack hier, dumm Kippe. Oh, nein, der bot sich durch, Alter. Ich muss hier raus, Alter. Hat die nicht eben Diablöcke? Ey, die hat nur eine Diablöcke. Oha, Alter, Leute. Ich muss flüchten, Alter. So, warte, kannst du mich weg teleportieren? Ja, aber ich bin nur bei mir, Alter. Jetzt muss ich wieder in die Verwandelmaschine. Und muss ich zurück zur Ente machen, Alter. So. Jetzt bin ich da. Muss auf den Knopf drücken, Alter. So, Tür zu. Drei, zwei, eins. Und let's go. Leute, Alter, ich bin jetzt immer wieder Ente. Und ich habe sechs Diablöcke, Alter. Was geht? Ich räume jetzt erstmal wieder schnell ins Haus rein. Und ich bin kein Enderman-König. Das heißt, ich kann mich nicht mehr so gut verteidigen, Alter. So. Ab da rein. Was geht? Und wir sind jetzt wieder reich, Alter. Wir haben jetzt endlich wieder Kohle. Oh, da ist Alpha, Leute. Ich muss nicht ausstecken in der Küche, Alter. Oh, Leute, ich glaube, der findet mich, Alter. Der macht das Erzeste. Nein, Mann. Die haben alle meine Dias geklaut, Ente. Weißt du irgendwas davon? Hä, nein, nein. Ich weiß gar nichts davon, Bro. Ich weiß gar nichts, Alter. Ich habe gar nichts gemacht. Das ist meine Kinder-Männer-Männer-Diablöcke geklaut. Hä, ich weiß. Ich habe gar nichts gemacht, Alter. Ente. Hey, ich schwöre, Alter. Wo hast du dich versteckt? Hä, was versteckt? Die Ahnung, da oben. Nein, Leute. Hilfe, ich werde dich grillen, Alter. Leute, lasst, Leute. Lasst, aber der Mensch euch gefallen hat. Schaut mal vorbei. Nichts, aber schauen wir uns. Schauen wir uns. Tschau. Yay.